Immer noch SMAs, immer noch roten Teppich und jetzt die Moderatorin von Mittagabend, Melanie Winninger. Melanie Salü. Hoi. Melanie, was läuft bei dir so für Schweizer Sound auf dem iPod? Schweizer Sound auf dem iPod? Uh, schwierig. Ich habe nämlich gehört, du seist recht am Start, dass Schweizer Musik so angeht. Ah ja? Dann hast du das extrem richtig gehört. Das ist ja so. Nein, ich würde jetzt mal sagen, Caroline Schöwe. Finde ich jetzt richtig gut. Glaubst du, dass heute Abend gross abräumen wird? Leider Gottes keine Ahnung. Ich habe versucht herauszufinden, wer die Gewinner sind. Sie haben es mir auch nicht gesagt, was ich extrem daneben finde. Daneben. Ich habe keine Ahnung, aber sie wäre jetzt eine coole, weil sie einfach singen und sie kann entertainen. Sie ist auf der Bühne, hat sie eine extrem gute Präsenz. Und ich finde sie einfach eine coole Sau. Letztes Jahr, während der Vorführung, gab es so ein kleines Problem. Zehn Minuten, oder? Haben wir auf die Kiste warten? Nein, es sind siebzehn Minuten. Zehn? Oh, siebzehn? Ja, holy shit, siebzehn Minuten. Haben wir uns schon etwas überlegt? Falls heute wieder jemand auf sich warten lässt? Sagen wir es so, es hat einen Plan B. Das Jahr. Aber wir hoffen jetzt wirklich nicht, dass es passiert. Wirklich nicht, weil die Käse ist ja nicht da das Jahr. Wir hoffen es auch nicht. Ganz viel Spass, weil ihr weniger ist. Ciao zusammen.